Das ist der Marc. Der Marc ist müde. Eigentlich schläft er schon. Ja, schon lange. Ich würde jetzt nur gerne sein Webcam machen. Ich weiß gar nicht, wie der vor da dranhuckt. Oh. Unglaublich. Halt's Maul, Mann! Geil, das würde ich jetzt auch gerne sehen, wie er da sitzt. Aber der Kopf nur vorne hat? Unter Hinne so. Obwohl für Hinne ist, glaube ich. Das hat Lust zu viel durch die Nase für nach Hinne. Ja, der ist noch nach vorne. Oh. 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 Keine Chance. Der ist weg. nicht mehr da exolen hallo genau das krieg man den wach keine ahnung gar nicht krieg man den wach es hat sich erledigt unglaublich ... ... ... ... ... ... ... vor allem im teamspeak sieht er so lustig aus, aber wenn er schnarcht wird hier der beschwerde einreichend schnarcht, schnarcht ganz arg laut schnarcht 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 Packts Maul! Mark! Mark! Hallo! Helmelaune! So schnarche! Ah, das hat aber kurz gerüchelt! Hallo! Scheiße, was? Oh! Kennste schon www.youtubefreuzich.de? Nee! Alter! Ja! Aber der hat sein Handy bestimmt neben dran liegen! Guck! Du hörst ja dann vielleicht klingeln! Wahrscheinlich machst du jetzt die Petra wach! Ach, so weiß ich, soll schlafen! Ich schlaufe, schläfst ja nicht in der Küche! Schlaufe Das klingelt, hm? Interessiert auch nicht! Merk! Klingeln! Klingeln! Wärts noch! Du! Wärts noch! Wo sind wir hier? Wärts noch! Du! Du musst noch mal abwechseln! bis er mal ist. Auf dem Handy, ne? Ja, ja. Ah, das glaubt ihr ja nicht. Ja, ja. Was passiert denn gar nicht? Leg ihn auf. Ich schicke mal SMS da, schon der andere Ton. Wart du? Ich schlarsch ihn. Keine Chance. Keine Chance. Was? Die Probe, lecker. Gucken wir mal noch was er für einen Klingelton hat bei... Ich ruf grad noch mal an. Gucken wir mal an. Keine Jungs. Bum. Hallo. Mark. Schokolade. Hallo. Freibier. Mark, Freibier. Auch nett. Ist wieder alles nett. Freibier. 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 Jetzt geht's. Aber jetzt ruhig schon. Ja. Ist er ruhig? Jo. Irgendwas stimmt. Ist er gestorben? Mark? Hallo? 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 Oh, guck mal da! Es klebt! Es ist mir nur noch angestupst, ja. Du wurdest die ganze Zeit angestupst und das Handy hat geklingelt und... Du hast uns den Kopf zugeschnarcht. Hm. Find ich aber nicht gut von dir. Seht mal... Sims? Sims. Hahahaha. 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 Ich würde sagen, der Pankoob ist auch nochmal angebrannt. Hahahaha. Das sehe ich noch. Hahahaha. 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 Jut. Hahahaha. Ah, ist das schön. Aber echt? Irgendwie geht beide direkt und aufhören sie jetzt los. Hahahaha. Äh. Ohh. Äh. Äh. Erafat zu dem, Vielen Dank.